Ich bin der Letzte in der Runde und es gibt ja so eine alte Spruchrede über alles, aber heute nie über zwölf Minuten. Deswegen, wenn ihr auch gleich loslegen, ich habe mir das Thema ausgesucht, wie wir die Kommunikation zwischen der älteren Generation und der Jugend wieder in Gang kriegen. Das haben wir gerade hier bei meinem Vorredner gehabt, das ist ja schon mal wieder ein wunderbares Beispiel, wo das klappen würde, wo die Leute aufgrund eines Themas zusammenkommen, die interessieren. Um das zu verstehen, was ich eigentlich damit sagen will, möchte ich mal was von mir selbst erzählen, wie ich das gemacht habe oder was ich gemacht habe. Ich habe also 46 Jahre bei der Sparkasse gearbeitet, war da im Personalbereich tätig, 40 Jahre lang, habe Auszubildende eingestellt, war Kommunikationstrainer und Führungskräftecoach und bin seit zwei Jahren im Ruhestand und habe mich selbstständig gemacht. Und zwar habe ich mir vorgenommen, in keinen Seniorenclub zu gehen, keine Rentnerreise mitzumachen, sondern mich mit jungen Leuten zu beschäftigen und habe im letzten Jahr meines Berufslebens, hier habe ich den Kontakt gekriegt zu den jungen Leuten über das soziale Netzwerk 10, hatte ich dann viele Kontakte noch zu den ehemaligen Auszubildenden, die ich selbst mal eingestellt habe und gesagt, Mensch, wir können uns mal gerne zusammensetzen, was austauschen, wenn wir besprechen, welchen Rahmen ich dann geschaffen habe, das lasse ich mir mal ein bisschen offen und habe auch teilweise auch Kontakt aufgenommen zu den Kindern meiner Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, um einfach mit denen ins Gespräch zu kommen. Und nun wissen alle bei uns in der Sparkasse, ich bin Hobbykoch und Reinekenner und das war der Aufhänger. Ich habe also gesagt, so, wir können uns ja mal zusammen, ich koche auch was schwerer, das ist meine, die schnell gekommen sind. Und dann haben wir was gekocht, auch wenn wir was was zusammen gemacht und ich habe also festgestellt, der beste Rahmen für gute Gespräche ist, gutes Essen und gute Getränke. Also ich habe inzwischen Bierkenner zu Weinlieferern umdressiert sozusagen und die Eltern bestellen jetzt auch schon Wein und war mit bei den Winzer. Die Gespräche, die da hochkommen, das ist für mich das entscheidende Thema, waren immer Themen, die jetzt die jungen Leute bewegt haben. Ich finde, wir als Ältere, wenn wir die Kommunikation in Gang setzen wollen, müssen eine Vorleistung erbringen. Wir müssen auch die jungen Leute zugehen und denen ein Angebot machen, mit, lass uns doch einfach mal reden miteinander. Und da waren eben Leute dabei, die hatten ein Studiumfach gewechselt oder einen Studienabbruch gemacht oder suchten jetzt einen Arbeitgeber und nach dem Studium sich bewerben um eine Arbeitsstelle und all diese Dinge. Und ich habe dann also mit meinen Erfahrungen, die ich in einem Personalbereich gemacht, so eine Art Beraterfunktion dann übernommen. Aber es ging immer nur um Themen, die die jungen Leute praktisch auch interessiert haben. Und dann sind wir eben ganz nebenbei natürlich auch über die Kocherei und das Wein noch auf ganz andere Themen zu sprechen gekommen. Ja, und dann haben wir überlegt, Mensch, wie könnte man das noch breiter auslegen und wo könnte man das beispielsweise auch in den Betrieben schon mal installieren? Ich denke mal, nehmen wir mal ein Beispiel Sparkasse. Das haben Sie vorhin gesagt, wie nehmen wir die älteren Mitarbeiter mit, zum Beispiel, wenn neue Techniken eingeführt werden, damit die da auch keine Angst vor haben. Bei uns in der LZO haben wir Partnerschaften zwischen Auszubildenden und 50-Plus-Leuten gebildet. Also so zwei immer zusammengebracht. Und dann kamen die Alten vom EDV-Seminar zurück, haben nicht verstanden. Aber der Auszubildende, der hat denen das so erklärt, dass sie sofort bloß nach Gemeinde ist. Können die jungen Leute nämlich viel, viel besser als diese EDV-Anwender. Das war nur so ein Beispiel. Dann habe ich mal neben Seminare gemacht, in der Sparkasse gemacht, Seminare, werden sehr nachgefragt, moderne Umgangsformen. Die jungen Leute können ja alle nicht mehr so ganz richtig, hängen aber auch mit den Elternhäusern zusammen, muss ich immer wieder sagen. Also die wissen dann nicht, dass man sich nicht mit der Gabel am Kopf kratzt und so und alles. Das haben wir dann besprochen. Wir haben im Seminar und wunderbar immer wieder dann im Seminar auch schönes Essen gemacht und haben dann wieder über diese ganzen Sitten und Gebräuche in humorvoller Form. Das ist für mich ein ganz großer Faktor. Der Humor in der Kommunikation kann auch junge Leute begeistern. Es geht ja immer darum, wie können wir die jungen Leute begeistern. Also solche Beispiele in der Sparkasse und privat habe ich also alle selbst ausprobiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir drei Regeln beachten, als Ältere gegenüber den jungen Leuten den wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe und gut zuhören können. Das sind eigentlich die drei Elemente, die man braucht, um eine gute Kommunikation zwischen Jung und Alt auch am Leben zu erhalten. Und ich finde, die jungen Leute haben so viele interessante Themen, wo ich lernen kann. Ich kann meine Erfahrungen einbringen und ich kriege neuen Input von den jungen Leuten. Und ich habe mir auch im Laufe meiner Zeit alle technischen Geräte angeschafft. Diese iPads, iPhones und was weiß ich alles. Und dann haben mir die Azubis dann beigebracht, wie ich in WhatsApp reinkomme und wie ich dann irgendwo rumtwittern kann. Gut, war immer ein Geben und ein Nehmen und ich konnte dann immer wieder den jungen Leuten aus meiner Erfahrung heraus, so in Situationen, die schon mal ein bisschen kritisch waren, so ein bisschen Wegbereiter sein. Und das ist also immer die Frage, wie kriegen wir das allgemein hin, dass wir solche Gesprächsrunden bekommen. Ich habe immer gesagt, warum die jungen Leute macht zum Beispiel immer so Fäden untereinander. Warum nicht die nächste Fäde mal, jeder bringt seinen Opa oder seine Oma mit. Und mal sehen, was dann passiert für die Kommunikation. Man muss das natürlich dann ein bisschen, aber auch rein wieder mit ein bisschen entsprechend rahmen, nicht nur die Rapper Platten auflegen, sondern vielleicht auch mal so ein 60er Jahre Schlager oder sowas, um dann irgendwie so eine gute Stimmung zu erzeugen und wir reden einfach mal miteinander. Wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Sparkasse einen sogenannten Perspektivwechsel gemacht. Da sind also junge Leute zwei Wochen lang in eine Senioreneinrichtung gegangen, haben da mitgearbeitet und haben unter einem, eine Gruppe macht das mal, aber das fand ich das allertollste Projekt, die haben die alten Leute interviewt und die haben dann noch den zweiten Weltkrieg mitgemacht und haben ihre alten Geschichten erzielt. Sie glauben gar nicht, wie gerne junge Leute heute noch Geschichten erzielt haben. Also wenn einer das toll auch erzählen kann, was denn früher alles passiert ist. Und das haben die zusammengestellt und ein Buch daraus gemacht und die erhalten das dann wieder geschenkt zu Weihnachten. Das wurde auch vom Vorstand alles abgenommen und das wurde auch dann so ein bisschen prämiert und all diese Dinge, die dazugehören. Und das hat mich also doch sehr beeindruckt, wie also da auf diese Schiene auch wieder mal Einblicke in die andere Welt gemacht werden, wo also auch dann viele sehr nachdenklich geworden sind und wir, mein Gott noch mal, und wir entwickeln uns ja nun mal in diese Richtung, dass wir also immer mehr ältere Leute haben und die dann auch auf die Hilfe der Jüngeren angewiesen sind. Und ich glaube auch, dass diese ganze Schiene, wenn wir jetzt junge Leute für Berufe begeistern wollen zum Beispiel, auch viel mehr auf der Ebene stattfinden müssen, dass die Leute, die praktisch diesen Beruf schon ausüben, mal richtig praxisnah in der Schule zum Beispiel erzählen. Dass man also auch mal in der Schule die Betriebe reinschickt. Das machen wir bei uns mit unserer EHK zurzeit, die nennen sich dann Ausbildungsbotschafter oder Berufsbotschafter, dass also Leute, Ältere und auch Jüngere in die Schulen gehen und schon mal von dem Beruf erzählen und ganz schön praxisnah und praxisinteressieren und auch so wieder Gespräche entstehen, die zum Beispiel die Berufswahl für die jungen Leute erleichtern. Also es gibt so viele verschiedene Plattformen, in denen man das eigentlich machen kann. Und ich finde, wir können uns ja gleich nochmal im Anschluss beim nächsten Mal über neue Ideen, die mich auch interessieren würden und auch Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, interessieren, was wir da noch tun können, um diese Kommunikation einfach in Gang zu setzen. Und ich ganz persönlich kann so sagen, es muss authentisch sein. Also sich einfach nur vorzunehmen, ja, ich muss ja jetzt mit jungen Leuten reden, habe ich ja einen Auftrag gekriegt, das bringt überhaupt nichts. Sondern wenn wir das machen wollen, dann müssen die Älteren und natürlich auch die Jüngeren die echte Leidenschaft, die Bereitschaft mitbringen, um das zu machen. Insofern, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich habe da noch drei Minuten, aber ich kann das jetzt auch mal umkehren an der Stelle und mal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wer hat denn schon mal von jungen Leuten, mit mir hier mal direkt ansprach, habt ihr schon mal mit alten Leuten? Bestimmt. Ja, mit wem? Opa, Oma, ne? Also es... Ja, was sind denn da so die Themen? Das ist schwierig, meistens geht es dann nicht, also es wird halt darüber geredet, was man so macht, also was man in der Schule macht, was man sonstige, was man so vorhat. Aber jetzt ist nicht explizit jetzt, ob man, ob man Eko-Rufen, Ausstuhl macht oder sonstiges macht, was man erreichen möchte. Was würde, ich sag mal einfach du, was wäre denn so ein Thema, was dich mal so interessieren würde? Was, wo du meinst vom Älteren nochmal, hier eine Anregung bekommen? Wie kann ich sagen, Ratschlag? Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil meine Eltern, Leute, sind jetzt nicht so früh auf Reisen gewesen. Ich wusste ja nicht, wie das früher war, wenn man Reisen gemacht hat, was man erlebt hat und so weiter. Über Erfahrungen, die man gesammelt hat. Okay, sehr, sehr schönes Thema. Muss ich auch sagen, das ist einfach gut. Gibt es noch weitere Erfahrungen von jungen Leuten oder was, was noch so an interessanten Themen sich eignen würde, um mit den anderen die Generation zusammenzubringen? Ja, also alles, was ein bisschen so digital wird. Also meine Großeltern, die sind beide fast 100 geworden und denen dann halt tatsächlich mal zu zeigen, dass man jetzt auch über so ein iPad irgendwie mal so telefonieren kann, das ist natürlich halt eine wirklich beeindruckende, beeindruckende Geschichte. Aber ich glaube, viel interessanter ist natürlich, dass man halt auch diese Notwendigkeit, diese alten Menschen natürlich halt auch weckt für sich, also diese Digitalisierung und an diesen Themen halt teilzunehmen, dass sich halt Kommunikation ja auch verändert. Also das wäre auch ein bisschen halt auch die Fragestellung, inwieweit sie natürlich dann halt auch wirtschaftliche Faktoren dort mit einnehmen, also mit Diskotheken, wie das K7 das schließt, weil Menschen nicht mehr in eine Disco gehen, sondern halt per WhatsApp schreiben und sich dort nicht mehr treffen müssen. Das hat sich dann in unserer Generation ja schon stark verändert. Aber nehmen Sie das dann irgendwie auch mit auf? Oder ist das vielleicht doch ein Gedankengang von Ihnen, das natürlich dann halt auch auf Unternehmen und auf wirtschaftliche Faktoren zu beziehen? Veränderungsbereitschaft in so einem Unternehmen? Genau. Ja, okay. Ja, gibt es Fragen noch von Ihrer Seite? Also wenn wir das so aufziehen, dann würde ich jetzt den Vortrag, aber wir enden die dann ein bisschen runter. Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.